Heute testen wir für euch die Serenraketen von Funke. Echt richtig geile Raketen mit aufsteigendem Pfeifton. Hier die maximale NEM von 20 Gramm pro Rakete. Steht jetzt hier auf den einzelnen gar nicht drauf oder doch? Ja genau hier steht es. Richtig geiler Pfeifaufstieg und das ist jetzt hier die rote. Die hat was für einen Effekt? Das, dies glaube ich. Genau Weißblinker und Magnesiumrot. Zehnstücke in der Schachtel. In jedem Effekt zwei. Hat viel Spaß im Test der Sirenenraketen von Funke. Jetzt machen wir Funke Sirenenrakete am Tag. Die wird gut, dass sie durchzündet. Jetzt machen wir die grüne und die rote Sirenenrakete. Genau. Erstmal die grüne Sirenenrakete. Geldzechnik. Jawoll. Jetzt eine Sirenenrakete in grün. Hoffentlich zündet die nicht durch. Weg, 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 weg. Nicht, dass sie durchzündet. Jetzt ist die Sirenenrakete in grün. Jetzt ist die Sirenenrakete in grün. Und weg, wenn das sie durchzündet. Achtung! Jetzt ist die Sirenenrakete in grün. Und weg, wenn das sie durchzündet. Achtung! Welche ist das jetzt? Blau. Dann auch jetzt Sirenenrakete in blau. So jetzt die rote Funke Sirenenrakete. Mal gucken, weg. Nicht, dass sie durchzündet. Rot, rot, rot. Rot, rot. Rot, rot, rot. Rot, rot, rot. Rot, rot, rot. Rot, rot.